Grüß Gott, kommen wir so rein. Ich habe das Teegeschäft von Teegeschwendner hier in Heilbronn. Mein Name ist Karl-Josef Jochen. Hier riecht es aber gut. Ja, das sagen viele, die hier reinkommen. Möchten Sie mal was schnuppern? Unseren beliebtesten aromatisierten Grüntee? Ja, gerne. Marani. Sonnenblumen, Kornblumen und Rosenblüten. Grüntee drin. Das, was Sie hier riechen, ist aber eine Mischung aus verschiedenen Tees. Über 300 verschiedene Sorten haben wir hier. Und das sind Schwarztees, Grüntees, aromatisierte Tees, Räubuschtees aus Südafrika, Früchtetees, die unterschiedlich aromatisiert sind, Kräutertees in Bio-Qualität und ohne Aromastoffe. Und das Ganze als loser Tee oder dann auch einmal im Teebeutel, wenn es schnell gehen muss. Und hier können Sie einen Tee probieren. Welchen gibt es heute? Heute habe ich den südkoreanischen Senja. Der wird mit 80 Grad heißem Wasser aufgegossen. Zieht zwei Minuten. Ich habe zwölf Gramm oder sechs von diesem Löffel von dem Tee-Damaß verwendet für den Tee. Südkoreanischer Senja ist ein gedämpfter Tee. Der wird eigentlich geerntet, gedämpft, getrocknet, fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Hans-Basch alsi